Achtung, Achtung, hier in der Leitstelle. Einsatz für das DRK-Wetter Goldwater Challenge 2014. Ich wiederhole, für das DRK-Wetter Goldwater Challenge 2014. Ende. Wir bedanken uns für die Nominierung für die Goldwater Challenge 2014. Die Herausforderung nehmen wir dankend an. Seid ihr fertig? Fertig! Aufschützen! Aber das ist so. Das ist so nett. Ne, den hat mich noch nicht alles vergessen. Langsam, Langsam, du bist zu schnell! Ihr kriegt's doch mal! Sock! 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 Hiermit bedanken wir uns bei der Bereitschaft Schweinsberg und haben unsere Gold-Porter-Challenge 2014 bestanden. Des Weiteren nominieren wir die Werkfeuerwehr Bering, die freiwillige Feuerwehr Abernau und das BRKF Stoffer Grund. Zusätzlich bedanken wir uns auch bei den Tending-Class Online für die tolle, super tolle Unterstützung, dass wir hier den Pool benutzen durften. Dankeschön! Untertitelung des ZDF, 2020